Wer Pantau ist? Manche sagen, ein Alien. Oder ein Zauberer von einem anderen Stern. Wie auch immer, er lebt in einem Schaukasten in unserer Schule. Er spricht nichts, aber er hat zu. Und hilft, wenn du ein Problem hast. Niemand sonst sieht ihn, es sei denn, er will es so. Wenn du ihn sehen kannst, ist alles gut. Denn dann hilft er dir. Das wird manchmal ein bisschen chaotisch. Aber keine Sorge, es wird immer lustig und magisch. Das wird immer lustig und magisch.